Wieso hätten Sie es da hin? Keine Ahnung, einfach so. Also da war es so. Deswegen. Lass uns das Spiel spielen. Okay. Welches? Okay, das war nachvoll. Welches? Spiel. Spielen wir. Denn Unser Spiel. Spiel. Spielerische Spiele. Gewohnheiten. Spiele Gewohnheiten. Warte, nochmal zusammentragen. Damit nichts verloren geht. Zusammenfassen. 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 Ja, zusammenfragen. Welches? Spiel. Spielen. Spielen. Wir am liebsten. Ja, denn. Was? Spielen wir denn. Unser. Spiel. 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 Spiele. Gewohnheiten. Boah. 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 Es war nicht so witzig. Ah, es hat auch wieder zu Regen. Nein. Doch. Häck. Hänen nur Regen drauf. Häck. Mann. Was ist denn derer bei uns? Oder Heck Heck her Bögen Hab angekommen Gerne Schnitzel Warum? Mit Was war das auf dem Video aufgeschaut? Was war das? Schnitzel mit Zusatz Schnitzel mit Zusatz Schnitzel mit Zusatz Schnitzel mit Zusatz Come on Super Super Also Hacker Worden Was? Worden Cremesuppe Worden Also Was war das Ganze Hacker Mögen Besonders gerne Schnitzel mit Tomatencremesuppe Worden 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 Glebeschreif 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 rufen Glebeschreif Ich weiß, dass das ein I anzeigen soll, aber warum machst du N und nicht einfach I? Weil es vielleicht schon mit I kippt. Warum nicht I-Unterstrich? Das ist uncool, der wollte so einen Reihennamen. I-Unterstrich-Karus. Ja, bist du behindert? I-Karus. I-Karus. Ignoritas-Karus. Waaann? Ich habe mir gerade einen Namen ausgedacht. Was gibt's da mit I? Das gibt's überhaupt keinen Sinn. Was gibt's da mit I? Was gibt's da mit I?